Hallo und herzlich willkommen zu The Walking Dead mit mir, dem Basti. Wir sind bei Episode 3 jetzt angekommen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und wir starten mal. Was bisher geschah, dann schauen wir nochmal. Das war's für mich und meine Familie. Du hast Duck von diesen... Monsters. Und du bist zu Larry in der Drugstore. Ich werde das nicht vergessen. Keine Ahnung, das sind die Leute, die mein Camp rauchten. Halt dich, du bist! Du sagst jemanden aus dem du bist, oder du bist zu diesem Ort? Das stimmt. Ich weiß, du bist du bist. Und ich weiß, du bist ein Barsch. Er ist nicht tot! Somebody helfen! Ich bin gespannt, was da jetzt raus wird. Ich bin gespannt, was das Sauce, in der Regel... Ich bin gespannt, was da rauskommst, was da rauskommst. Ich bin gespannt, was da rauskommst. Ich bin gespannt, was das Bist du dir da sicher? Ja, je mehr ich sehe, desto glücklicher ich bin. Oh, Mann! Du hast noch deine Meinung gemacht? Über was? Wenn es geht um die Hölle raus zu machen, ich glaube, du bist in dem Let's Stay Put Camp, weil ich mich alle umgekehrt habe. Hmm... Ich habe mich dazu jetzt entschieden, weil ich ehrlich gesagt gerne mit Kenny zusammenbleiben möchte. Okay. Just like last time. Over the rig, into the pharmacy and scrape together whatever supplies are left. We didn't leave much in there. We're out of options. Something's better than nothing. Na gut. Dann... Shit. You okay? The ladder's come loose. I'm not sure how many more trips she's got in her. I'm not sure how many more trips we've got in us. No kidding. Hmm... Also muss ich mich jetzt wahrscheinlich hier um einen anderen Weg kümmern. Und jetzt wird's wahrscheinlich abbrechen. Wie es ja immer so ist, ne? So. Genau, mach mal ein bisschen der Ruhe. Was jetzt? Ich will find another way up. I'm better gonna move on. Was haben wir hier? Ein Fass. Ich kann den Jeep wegschieben? Wirklich, kann ich das? Eine Winde. Hm. Looks like it still works. Okay. Aber ich könnte dann ja eigentlich mit der Winde sich selber den Jeep wegziehen lassen, oder? Hm. Ja, das ist der Weg. Aber wo mach ich das fest? Schau wir doch mal. Ach, oder wir klettern einfach da drüber. Kenny, komm an. Ah, shit. Dammit. Ich kann mich nicht erreichen. Sorry, Pal. Okay, bleib dran. Okay. There's no safe way through that mess. Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to. And you know it. Ja, mach die da mal fest. So. Mal gucken, ob's so läuft jetzt. Ich darf jetzt irgendwas machen. Windensteuerung. Nehmen wir die. Die. Das wird natürlich jetzt gut Trouble machen. Ich glaub, das versteht sie. Ich glaub, sie versteht's. Ich hoffe so. Ich glaub, wir hatten viel Wahl. Genau. Wie faszinierend. Sowas macht irgendwie... ...kein Lärm, aber wenn unser einer mal irgendwas ausprobiert, irgendwie... ... sich was anzugucken... ... dann... ... ruft man gleich und so weiter, ne? Natürlich. Es war eine schreckliche Situation für Sean Dine und allem. Ich bin nur überrascht, dass er immer denkt, dass es sein fault war. Du bist sicher, dass du das fertig bist? Lee, ich bin gut. Ich habe das. Gib mir deine Hand. Ouch. Uh-oh. Ja, schrei doch noch ein bisschen mehr. Oh, klasse. Oh, fuck. Und er hat recht. Fuck. Los. Sie kommen sofort mit mir. Nein. Nein. cit. Nein. Geh weg, BECAUSE! Nein, nein. die kriere das place hat die karl day ihr werdet ihr könnt ihr werdet ihr werdet auch hier an herren wir gar nicht auch mal vorwärts energie riegel vorwärts Medizin, Medizin, Arznei und Vorräte. Dann nehmen wir doch einmal Medizin, Arznei. Ey, ich nehme jetzt alles, was ich kriegen kann hier. Noch was da? Moment. Oh, da klopfen sie schon. Oh, fuck. Oh, nein. Oh, krass. Mach das jetzt nicht, Kenny. Alter. Mach jetzt keinen Mist. Was, 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 doch. Oh, krass. Wo kommt er denn her? Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Was war das? Sie sind überall! Du hast dich selbst geholfen, nicht wahr? Und zurück ins Hotel. Das ist gut. Du bist zurück. Ben gefunden hat einige Sticker in einem Schraub, und ich sie auf meine Walkie. Hey, süß Gott. Das ist lustig. Ich findest dich in einem Moment. Wir sehen uns wieder die Kinder. Was hast du? Wir müssen noch ein Zeichen geben, das sagt, die Männer sind weg. Und kommen und schrauben unsere Frauen und Kinder. Ha. Also, was hast du? 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 Wir sehen uns gut. Wir sind gut, übrigens. Gute Arbeit. Das wird uns weitergehen. Wenn wir weitergehen, werden wir durch den Winter hier gehen. Der Winter? Wir werden uns hier schlafen. Wir sehen uns hier. Weil du in einen R.V. mit dir, nachdem du, was du mit meinem Vater gemacht hast, ist so appealing. Warum nicht das? Du weißt, ich werde, was es braucht, um alle safe zu halten. Wir sind bereits safe. Schau mal auf die Wand, Lilly. Das ist nicht grafitti. Das sind Schraubbe. Und wir haben genug Aero-shafts, um es zu drehen. Und das ist alles, neben dem Fakt, dass Macon auf die Schrauben mit Walker ist. Wir müssen bald gehen, Lilly. Ich weiß, Lee. Ich weiß. Das ist bald anders. Wir müssen wiederholen, oder? Wir können nicht, Carly. Wir können nicht, Carly. Nein, Leute. Ich bin entschuldigt. Ich bin entschuldigt. Einige braucht sich für die Gruppe zu machen, aber ich glaube nicht, dass du nicht wirst. Wir sind stärker zusammen. Ich weiß, du denkst, ich bin auf ihre Seite. Aber es gibt keine Seite, verdammt. Was für die Situation? Was für die Schutz? Was für die Schutz? Was für wenn dieses Ort fallen? Was für jemanden muss denken, wie das nicht funktioniert? Wie funktioniert das nicht? Wir haben alles, was wir brauchen. Es ist wegen mir, Lilly. Nein. Weil Lilly weiß, wie die Leute, nicht nur die Dinge. Wir haben viel Essen von der Station Wagen. Wir können nur noch unsere Fingern geschlossen für mehr Station Wagen. Alles, was passiert mit uns ist eine andere excuse für dich, für dich zu holen. All ich will ist eine Woche von nicht zu hören. Do you know wie wir diese Suppe haben? Ihr Freund und ich haben Glück, und wir haben eine Frau zu essen. Was? Oh ja. Was? Ja. Ich weiß! Ich weiß, dass du nicht über den Mörder bist. Ich weiß, dass jemand unsere Suppe haben. Das ist richtig. Stealing! Und ich weiß die Liste von Leuten, die ich dir vertraut bin, wird dir kleinerer jeden Tag. Okay! Jetzt alle raus! Macht sie jetzt hier einen auf, äh, den guten Geist, oder was? Ist die klacken Klauen, damit wir überleben, oder wie? Kannst du mal verhungern? All I know is, whenever this shit happens, I'm the fucking bad guy. I'd like a thank you for once. For once! Ja, hallo! Ich war da auch mit bei. Ich hab das... Ich hab das auch gerade mitgemacht. Ich hab das... Well, ich denke, du hast heute gut gemacht. Und ich finde, ich denke, dass die meisten Tage... Danke. Es ist wahrscheinlich wertvoll, Lilly mit dem, was sie gesagt hat, über die Missing-Supplies. Mit ihr, wie sie ist, ich will sie nicht paranoide sehen. Keine Frage. Und ich möchte, wenn du eine Minute hast. Okay, das kriegen wir hin. Aber als erstes werde ich jetzt gleich mal nach Clementine schauen. Aber das Ganze machen wir da in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen hier. Kommentiert. Abonniert. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.